Jesus erzählt von Gott, von seinem Zeichen, seinen Wundern und Wirken, da im Moten wir uns verstehen, jedes Mal mehr von der Liebe des Herrn. Hallo, liebe Erstkommunionkinder, ein neuer Sonntag, ein neues Video. Und heute überrasche ich euch mit einer kleinen Kirchenführung. Ihr könnt ja mal raten, wie die Kirche hinter mir heißt. Und wir wollen einmal schnell reingehen, deswegen viel Spaß beim Video und kommt immer mit. Wir befinden uns in der Kirche St. Josef in Nippes. Einige von euch kennen sie ja schon, weil sie dort getauft worden sind. Und gerade laufen wir ein bisschen durch den Mittelgang. Schaut auch einmal links und rechts, was ihr so erkennen könnt. Dann wisst ihr auch, was so im Laufe des Videos einmal interessant werden könnte. Wenn wir weiter durchlaufen, laufen wir direkt auf den Altar zu. Ihr seht schon, über dem Altar hängt ein großes Kreuz. Und ich finde es immer sehr schön, weil das Kreuz dahinter genau parallel liegt. Mit dem Kreuz, was genau über dem Altar hängt, schafft man eine Verbindung zwischen Himmel und Erden. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Deswegen hängt das Kreuz auch genau über dem Altar. Und von unten nach oben gesehen ist es die Verbindung zum Himmel hin. Denn Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Gehen wir jetzt noch einmal die Stufen runter vom Altar. Und ihr habt vielleicht gesehen, links und rechts sind zwei große Heiligenfiguren dargestellt. Und die erste Heiligenfigur, die wir uns anschauen wollen, ist sie auf der linken Seite. Das ist Maria mit dem Kind Jesus. Maria und Jesus sind in ein goldenes Gewand gehüllt. Und es gibt eine Bibelstelle, in der es heißt, eine Frau mit der Sonne bekleidet. Der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Jetzt schau mal genau hin, ob du es auch alles erkennst, was in der Bibelstelle steht. Maria steht auf einem Mond. Sie ist bekleidet mit einem goldenen Gewand, welches die Sonne symbolisiert. Und sie trägt auf dem Kopf, genauso wie Jesus, eine kleine goldene Krone. So eine Marienfigur gibt es in jeder Kirche. Natürlich sieht sie unterschiedlich aus. Aber als die Mutter Gottes ist sie überall in den Kirchen verehrt und somit auch immer in einer Figur verewigt. Auf der rechten Seite seht ihr nun den Heiligen, nachdem die Kirche auch benannt ist, den Heiligen Josef. Werfen wir dazu nochmal einen Blick in die Bibel. Und in der Bibel selbst erfahren wir gar nicht so viel über Josef. Wir wissen nur, dass es der Adoptivvater von Jesus Christus ist, der ihm das Handwerk des Zimmermanns gelehrt hat. Und wir hören auch von der Geschichte von Jesus im Tempel, als ihn Maria und Josef gesucht haben, verzweifelt gesucht haben. Und Jesus darauf antwortete, weißt du nicht, ich bin im Haus deines Vaters. Und vielleicht erinnert ihr euch auch sogar daran, genau das ist nämlich das Bild, was unser Erstkommunion-Motto ist. Blicken wir nun noch einmal zurück in die Kirche und vielleicht habt ihr schon mit Blick auf den Altar weiter links etwas entdeckt. Und wir wollen einmal zusammen hingehen. Wir stehen genau vor dem Taufbecken und einigen von euch müsste der Platz am Taufbecken sehr bekannt vorkommen. Denn vor ein paar Wochen sind ein paar Kinder von euch getauft worden aus euren Gruppen und haben Ja gesagt zu einem Leben mit Jesus Christus und haben Ja gesagt zu Freunden von Jesus Christus zu werden. Hinter dem Taufbecken selbst haben ja auch schon einige gefragt, was es eigentlich ist. Es ist der Tabernakel und neben dem Tabernakel in einem kleinen, ja rötlichen Gefäß das ewige Licht. Der Tabernakel, das Heusen von Gott umgangssprachlich auch genannt, in dem bewahren wir das Allerheiligste für uns Katholiken auf, nämlich das Leib Christi. Die heilige Kommunion, die auch ihr in einigen Wochen erhalten werdet. Und daneben steht eine rote Lampe, das ewige Licht, die tatsächlich die ganze Zeit durchbrennt und auf die immer geachtet wird, dass sie auch nicht ausgeht. Denn das ewige Licht zeigt an, dass Jesus Christus dort vergegenwärtig ist. Gehen wir jetzt nun noch einmal zurück durch den Mittelgang und vielleicht sind euch auch rechts und links die goldenen Figuren noch einmal aufgefallen. Es sind nicht Maria und Josef in dem Falle, sondern es sind die vier Evangelisten. Als Evangelist werden Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bezeichnet, die als Autoren der vier biblischen Evangelien gelten. Und seit dem vierten Jahrhundert werden sie durch vier geflügelte Symbole dargestellt. Darunter ist die häufigste Zuordnung seither Ein Mensch versinnbildlicht Matthäus, der Löwe Markus, der Stier Lukas und der Adler Johannes. Zum Abschluss wollen wir noch einen Blick in den Geheimraum werfen. Es ist die kleine Kapelle zu Ehren von dem heiligen Josef, unserem Namenspatron von der Kirche. Auch hier sind nochmal Josef Darstellungen zu sehen. Josef als Zimmermann mit dem kleinen Jesus an der Hand. Das war unser Video zur digitalen Erstkommunionenvorbereitung. Alle Materialien findet ihr wie immer unten. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss! Erzähl uns mehr, 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 dass wir die Zeichen verstehen. Mehr, 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 dass wir die Hoffnung sehen. Erzähl uns mehr, 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 dass wir Gott bekennen. Mehr, 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 dass wir ihn Vater nennen. Wir sind ja, mehr, die ausdemparen. Wir sind ja, mehr, 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 und mehr. Äh, mehr, 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 gustos Tabuss Creek, Wiritanahe, wir haben uns mehr.